Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren OMSI2 Video. Heute mal unterwegs in Düsseldorf, denn in den nächsten Tagen gibt es ein neues Update und dort können wir die Linie 890 fahren. Und Böck Gladbeck hat uns bereits dieses Update schon zukommen lassen, dass wir uns das Ganze hier mit euch gemeinsam hier anschauen können. Dementsprechend stehen wir jetzt hier gerade am Parkplatz an der Merkur Arena und dementsprechend fahren wir das Ganze heute mit dem Solaris Ubino 18 der vierten Generation. Guckt euch mal hier diese Menschenmasse an. Diese Menschenmasse, die wollen hier alle jetzt gleich mit und ich hoffe, dass die jetzt alle nicht ein Ticket haben wollen, denn da haben wir nämlich ein Megaproblem. Hoffen wir mal, dass die ganzen Netze hier sich alle schon vorbereitet haben. Und ja, da wie gesagt, da ist sie, die Spieler Arena. Cool. Eine coole Sache, 890, wie gesagt, jetzt in den nächsten Tagen gibt es da dieses kostenlose Update dazu und dann könnt ihr euch das Ganze dementsprechend selbst anschauen. Wir fahren heute so um 19 Uhr beginnt unsere Fahrt. Und aktuell seht ihr hier oben 18,52. Ja, ein Kirmes besucht man meistens bei Sonnenuntergang. Das sieht nämlich am geilsten aus, wenn die Sonne gerade untergeht und die Lichter gerade von diesen ganzen Gerätschaften angeht und das Ganze dann so hin und her. Absolut großartiges Bild. Ja, wie ihr dabei, Tracker Air, ne? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Äh, das mag absolut keiner, sondern das Tracker Air. Mag absolut keiner, sondern. Sag mal, Fetzler auf hier. Bisschen stickig hier drin. Ja, die ganze Fahrt wird so um die 25 Minuten dauern. 30, 1, 08 und 15, 2, 17, Anmeldung 890, 01. Haben wir. Kasse, alles da und dementsprechend sind wir eigentlich soweit fertig. Wir können jetzt da also, ja, Motor starten und uns zur Haltestelle bewegen. Wir werden mal noch ein Licht anmachen hier für unsere Fahrgäste. Jetzt mal in die Position bringen hier. Ach, so. Gut, 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 gut. Und dann lassen wir uns mal einsteigen. So, da haben wir sie, die Merkur-Arena. Mal ganz kurz mal in den Spiegel gucken hier. Ich bin nämlich ganz paar Fütchen, so dass wir wissen, dass wir da nicht lang fahren dürfen. Mal ein bisschen das Sonnenrollo runter machen. Und die Abendsonne kann gar nicht schon blenden. So, und da bewegen sich natürlich auch alle zum Ziel. Oh, bitte, 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 bitte. Jetzt nicht alle Tickets. Gut, jetzt so. Gut. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, hallo. Na, wollte alle, wollte alle jetzt Spaß haben, drucken. Was geht? Nicht viel, Manfred, du bei dir. Danke schön. Einmal, zwei Stufe, A, bitte. Danke. Guten Abend. Na, wenn. Einmal, drei Stufe, A, bitte. Hallo. Zwei, vier, sechs, sieben. Das tut mir leid, ich kann keine Scheine rausgeben. Ist in Omsi nicht möglich. Hallo, Fußballer. Ja, aber es geht, denn nicht viel bei dir. Hallo. 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 Tag. Wieder auch, ne, Rheinkürmes 19.22 Ankunft und dann nochmal Rheinkürmes. Da geht's ja wieder weiter. Hallo. Heute fahr ich gar nicht vorbei. Ich brauche in die Kurzstrecke. Kurzstrecke. Äh, ja. Wie ist denn das eigentlich? Wir müssten doch jetzt eigentlich ein anderes Ticket denn kaufen, oder? Danke. Hallo. Kurzstrecke gibt's ja in dem Moment nicht. Ja, warum kaufen die denn der eine Preis A und der andere Kurzstrecke? Ja. Wer weiß schon, vielleicht würde sie denn bis dahin dann weiterfahren oder sowas. Weiß man ja nicht. Zwei Stunden, ne, gilt das da auch wahrscheinlich in Düsseldorf. Hallo. 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 Guten Tag, Herr Pflichter. Ja, guten Tag. Hallo. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte gehen Sie bis nach hinten durch, damit auch weitere Fahrgäste zu steigern. Guten Tag. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie sich alle? Fahrgiskaffee, bitte. Danke. So. Sehr geehrte Fahrgäste, das Verzieren von Speisen und Getränken im Bus ist nicht erlaubt. Vielen Dank. Ding Dong. In zwei Minuten vor fünf haben wir noch. Können wir vielleicht noch ein bisschen warten. Fahrgäste hier reinlassen. Aber man sieht schon, ne, wir sind schon extrem gut gefüllt hier. Also, da ist nicht mehr viel möglich. Ich würde sagen, die Fahrt lohnt sich. So. Ich würde sagen, die Fahrt lohnt sich. Los geht's. 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 Hier habe ich nicht ganz verstanden, warum wir hier nicht geradeaus durchfahren dürfen. Die Schranke hätte man doch bestimmt auch aufmachen können. Die Zwischenzeit oder sowas. Warum steht der Kollege hier. Warum steht der Kollege hier? Ja, du solltest du auch fahren? Ja, du solltest dann auch fahren. Hilfspiele werden sehr gut. Ja, du solltest. 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 Ja. Ja, du solltest. Ja, du solltest. Ja. Aha. ja genau wieso bist du so schnell vor allem das gleiche modell genau der gute erst lernen ich bin voll ich hatte eigentlich geplant dass sich jemand holen kann aber das wurde mir nicht vergönnt das wurde mir nicht vergönnt ach Mensch wie gesagt fährt sich sehr angenehm der bus auf jeden fall weiß ich irgendwas war bei dem ruhe solaris anders gewesen als wir an dem modell hier dass sich der hier hat wirklich viel entspannter fährt schon solaris logo drauf großartig so muss das sein so muss das sein so sieht aus die ampel bleibt ein bisschen länger rot hier an der stelle ja wie gesagt das ist komplett kostenlose ab und kostenloses update da wie gesagt bezahlt ihr nichts für das wird einfach dazu geliefert sollte jetzt wohl in den nächsten tagen und wir erscheinen und natürlich automatisch über steam runtergeladen fahr einfach über den sperrschreifen der existiert dafür also der will ja sofort den lappen wegnehmen war das witzige ist normalerweise soll man an der dings drehen ne an der ampel ich drehe ich hier einfach fahr doch einfach mein gott fahrt 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 Geil ist auch wie hier unser Dings hier komplett ausflippt. Rechts überholen verboten, aber dadurch, dass sie echt nicht 80 fahren. Oh! Vielen Dank. So, jetzt geht es links rum. So, jetzt geht es links rum. So, jetzt geht es links rum. Diese fiese Stille hier, wo sie halt immer in die Karre fahren. So, jetzt geht es links rum. 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 So, jetzt North. Vielen Dank. So, oh. Lassen wir sie hier mal alle raus, hier. Das auf jeden Fall ist die Linie 890, Leute. Ja, da hinten ist der Rheinkirmes. Wir müssen jetzt alle nichts noch drehen. Also wirklich einen Pausenplatz haben wir gar nicht. Da ist ganz schön was los hier. Staut sich hier ganz schön an dieser kleinen Straße hier. Wahnsinn. Das ist ja natürlich ein richtig Zeppenduster denn hier, wenn die Muskeln nicht hier stehen. Oh, da kommt nur noch Kollegen. Das Problem. Ich darf nicht mal früher losfahren, weil ich einfach viel zu früh bin. Ich hätte deutlich langsamer fahren müssen. Aber jetzt laufen die eh alle darüber über die Straße. Ein paar Minuten haben wir noch. Passt das. Der dürfte jetzt auch noch eine Weile stehen hier. Der Kollege hier. So, dann werden wir mal die Zeit einfach mal ein bisschen vorspulen jetzt. 1, 2, 3, 4. Also, das ist der Bus einfach weggespawnt. Okay, neuer passt auch. So, dann können wir auch. Achso, vielleicht noch die Tüze machen. Ob wir los können. So, da ist er. Da ist der Rhein-Kürmisch. Gerade die ganzen Leute hingeschifft haben. So, jetzt müssen wir hier wieder runter. Irrhein-Kürmisch. So, dann drehen wir einmal und dann ist die Tour beendet. Ja, also wie gesagt, die Linie 890, wie gesagt, kostenlos finde ich eine ziemlich coole Sache, dass man sowas dann noch nachliefert. Bin mal gespannt, was denn der Mini-DLC so mit sich bringt. Ich glaube, die M2 ist ja dann. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mit dem Chrone-Event jetzt erarbeiten. Ich glaube, das geht vom 17.07. bis zum 27.07. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall. So. ich habe schon manfred becker gehört so ich hab schon hallo großartig so da man den Rheinkirmes hier müssen wir jetzt noch wieder runter gucken uns den gleich noch ein bisschen genauer an aber von Weitem sieht man eigentlich schon relativ gut dass da irgendwas ist dass da der Kirmes ist haben wir mal schon wieder eine halbe minuten Verspätung so alles okay perfekt ach so warte mal so genau wenn wir uns das ganze jetzt dementsprechend noch mal ein bisschen angucken hier ist er der Rheinkirmes können wir hier noch mal hier Breakdance Höllenblitz schade ist dass es halt wirklich nur so eine Papptexturen halt sind das ist ein bisschen schade wenn wir uns mal hier das Riesenrad hier anschauen das wäre auf jeden Fall cooler gewesen wenn es zum Beispiel animiert ist oder sowas wenn sich das ein bisschen dreht ich weiß wir reden hier immer noch von Omsi und das ist natürlich alles immer so aber ich glaube andere Kanten dann weiß ich nicht das müsste doch machbar sein halt auch so ein bisschen hier der der Free Tower hier Free Tower wo es ja drunter geht müsste doch auch animierbar sein sonst also von der Menschenmenge her passt schon obwohl ich glaube das dürfte eigentlich noch voller sein gerade um die Uhrzeit halt hier so ein Karussell ja klar dass man jetzt so eine Dinger jetzt nicht als 3D Objekt jetzt hier platziert verstehe ich schon irgendwo weil je mehr du da baust halt desto mehr Polygone und so weiter und so fort aber so sieht es also auf jeden Fall hier aus auf dem Kirmesmarkt hier eben rein wirkt allerdings relativ klein muss ich gestehen also wenn ich mich so an meinen Alexanderplatz Dings hier erinnere ja was da so los ist oh Gott deswegen der war früher riesig gewesen wo das Hesslea Alexia noch nicht stand heute ja jetzt steht es da jetzt hast du so ein kleines Fleckchen bisschen schade aber naja so Leute das war es auf jeden Fall von unserer Linie 890 gerne eure Kommentare unten rein posten schreibt es mal rein wie hat euch die Linie 890 gefallen und was sagt ihr denn dazu dass das als kostenloser Content ist könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare posten würde mich mal sehr interessieren und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt bedanke mich dass ihr dabei wart und ja hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal ne Tschüss